herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei vetro gamble ich spiele heute days after heute ist donnerstag und ja ich weiß leider nicht genau wie es jetzt in meiner base aussieht gestern habe ich nicht gespielt aber ich denke es wird alles gut viel spaß ok ich will erst mal das hier nehmen und kiefern bretter dann mal kurz schauen was ich alles gebrauch stoff kann ich oben rein pfeffern ich brauche gras ohne hände gras und die bretter brauche ich auch und holz immer das gleiche gras und holz mein hund haben auch kein essen mehr so wie es aussieht die anderen beiden sind schon erwachsen warte mal machen wir sie mal schnell erwachsen bestätigen bestätigen kann ich den mit denen ich glaube nicht oder ich kann die weine kombinieren oder die weine 22 wenn ich die weine 2 einnehmen wir kombinieren hunde wir machen ihn mit ihnen zusammen eine geht ja gar nicht guck mal weiblich kein männlich da geht doch nicht weiter so kann ich nicht mitnehmen geht noch nicht der hund hat die linders gefressen begleitet dich jetzt ich muss doch erst mal mal spielen dann kriegt er ja essen und das geht mir so schnell das kann ich nicht so kontrollieren sprich ich sehe da nicht ob da wirklich wo die karte ist keine Ahnung das hängt immer in die mitte auch schon wieder nicht so danach noch ein versuch ich habe schon 97 prozent 97 die radioaktivität nicht so gut wir werden einmal kurz video angucken bis gleich ok weiter geht's ein dreh haben wir frei und steine ach nee warum so viele steine ich habe glaube ich jetzt mittlerweile eine ganze kiste voller steine hier kriege ich ja nichts wir haben schon alles fertig gemacht hier kriege ich ja nichts mehr weiter gehen äh essen so steinkiste hier geht's dann zack kiste voller steine ich brauche nur bretter und gras und ich geschlafen wo ich das essen immer hinpacke hier wo ich das essen immer hinpacke wo ich das essen immer hinpacke das nehmen wir mal mit das nehmen wir mal mit ich bin gerade mal gelegen ob wir die dinge ins zähler machen muss ich die sachen wegpacken warte mal äh die brauche ich auch nicht ok geh mal einmal zum absprung warte mal ich nehme einfach die hier weg und hau ups so daneben hier rein ich gehe einfach zur abschussrampe keine ahnung wie es hieß bis gleich ok wir sind hier bei abwurframpe nicht abschuss sondern abwurframpe war das einfach kurz sachen kaufen ich probiere jetzt C1 dieses hier mal schauen da habe ich noch genug 5 1 2 3 brauchte ich es sind 5 also reicht das habe ich hier die starken müsste reichen alles ja müsste passen so es geht los bau zack fertig da und hier dann jetzt so den starken nach da nach da und nach da und die schwachen einmal da da und da da das war's schaff was ich bin bereit 30 Sekunden geschlossen 6 Wellen das auch da da Okay, ich hab nichts müssen werfen. Was ist kaputt? Alles kaputt? Scheiße. Ich glaube jetzt hier eins schaffe ich nicht. Guck mal nicht ran, was macht denn hier? Ich bin da oben. Also C1 habe ich nicht geschafft. Shit. Ich bin noch nicht so weit. So ärgerlich. So ärgerlich. Ist meine ganze Sache kaputt. Ich brauche eine neue Hose. Ich habe keine Hose. Ich muss mir eine Hose bauen. Oh Mensch. Graslederstoff. Graslederstoff. Stoff habe ich da oben. Ich bin so traurig. Ich habe es nicht geschafft. Stein, 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 Stein. Stoff. Stoff. Und was machen wir über Stoff? Ich brauche noch Nägel. Ich brauche noch Nägel. Ich brauche noch mehr. 18 Stück von denen. 19. Hier. das juhu Nägelstoffe und Holzbappen Bei mir ist das Problem Glaube ich Glaube ich Ähm Ich probiere immer nur meine Sachen aufzuwerten Aber was ich selber habe Nicht Würde ich jetzt so sehen Das kann ich auch umwandeln Zu ner Schutzkarte Holz Hier habe ich Holz Das kann ich auch gebrauchen Okay Alles rein An Holz Oder nee Direkt hierhin Okay Sonst kann ich nichts Was für Zimtpack noch So Also doch Hier So Nägelstoffbretter Immer das gleiche Nägelstoffbretter Und hier brauche ich Gras Ich wollte noch ne Hose basteln Ich laufe hier nackig rum Gras Gras Ich brauche noch ein bisschen Okay Jetzt So Aber 15 minuten Komm, das schafft er. Wir müssen jetzt einmal fahren gehen. Das brauche ich und das brauche ich. Und dann gehen wir einmal kurz fahren und dann hoffe ich, nächste Woche bin ich weiter. Achso, ich habe einmal die Schatzkarte genommen und der Schatz liegt hier in den Bergen. Da ist die Truhe, aber das sind dreieinhalb, das werde ich nicht schaffen. Wie gesagt, zwei schaffe ich noch. Und dann habe ich ja jetzt mal drei probiert. Also C3. C3 ist noch zwei. Habe ich aber auch nicht geschaffen. Ich gehe hier in den Wald rein. Ich habe nur die Keule. Den einen Gegner werde ich nicht schaffen. Egal. Probier mal. Das waren zweieinhalb. Ne, nur zwei. Ich glaube es war nur eine Keule. Bisschen schwierig. Wir müssen es riskieren. also wir müssen es riskieren. Wie? Dreiung. Wie? Ja. Ichude. Wie? Wie? Ich weiß, ob ich es so noch... mein ding kaputt mein ding ist kaputt warte mal ich muss erst noch meine keule machen ok jetzt eine keule ah ich brauche noch dreimal holz jetzt aber ok keule kann ich noch nicht mal richtig ein gras noch ein gras mal kurz raus rennen wieder rein rennen produzieren ok so geht schon viel besser was habe ich jetzt gedrückt was war am ende die frage ach schon wieder nochmal er braucht irgendwelche kräuter auf jeden fall annehmen also ich soll mich erst mal vorbereiten dann sage ich warte hier wir knallen hier erstmal alle weg alle zombies also wir bereiten uns vor indem wir alles kaputt machen dann da ist das da ist das Warum sind die auch so viel zum Bescheid? Ich bin schon fast tot. Ok, diese Flusshälfte ist schon fast sauber. Lass mal weglocken. Jetzt brauche ich Futter. Das Fleisch möchte ich gerne nicht essen. Das möchte ich lieber meinen Hunden geben. Dann ist heute die Bärenheit. Das mit 20 Läden brauche ich nicht zu kämpfen. Das können wir schon mal mit Sicherheit sagen, dass das nicht klappen wird. Ok, den können wir auch schon mal weglocken. Den schaffen wir locker. Der macht 5 Schaden. Der Dicke macht mehr Schaden. Aber auch nur, wenn ich falsch laufe. Der... Ok. Macht auch mehr Schaden. Ok. Ich muss zur Basis zurück gehen. Hätte ich die Bären auch nicht essen brauchen. Naja. Bis gleich. Ok, ich bin hier. Schnell was messen holen. Beziehungsweise trinken. Schuhe. Ich habe keine Schuhe. Nein. So. Was muss ich machen für Schuhe? Schuhe basteln. Gras und Leder. Haben wir. Haben wir. Gras und Leder. So. Ok. Handschuhe. Und Brustrussi. Auch bald. Bald. Ah, ne, ne. Ich kann wieder rüber. Warte mal. Ich will... Ne, noch eine andere Waffe. Ich habe gar keine andere Waffe. Das und das. Die muss ich gleich wechseln. Nein. Ich fern wieder rüber. Ok. Wieder hier angekommen. Auch jetzt habe ich zweiteinander getrunken. Ich. Ich. Komm, du Schweine. Ich. 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 Zwei. Zwei. Eins. Ok. Gut. Haben wir. Geschafft. Ein Wolf. Alles Ó. Gerade. Musik kommt zu spät, mal wieder. Okay, nice. Ich kann ja mal hier schauen, vielleicht ist ja hier eine schöne Waffe. Die man noch als Fernwaffe benutzen kann. Nee, aber Essen. Essen hilft uns auch weiter. Was ist da hier versteckt? Ein Buch. Ich freue mich. Noch nicht. Irgendwann mal ja. Aber nicht jetzt. So. Gleich haben wir erstmal die ganzen Zombies erlegt. Gleich ist gut. Ist doch auch ein bisschen. Ist der alleine da oben? Ah, er hat mich getroffen. Mist. Er hat mich getroffen. Shit. Ich dachte, ich traf ihn bevor er mich trifft. Handschuhe kaputt. Ach. Jetzt hab ich den Stein genommen. Und Gras. Denn ich muss wieder eine Waffe bauen. Stein. Ja, okay. Das können wir auch einmal benutzen. Ich mach 20 Lehm. 40 Minus davon. Passt. Ich wäre bei 50. Aber. 4. Jetzt brauche ich noch Holz. Das war 5 Holz. Meine ich. 5 Holz. 4 Holz. 4 Stein. 5 Gras war das. Ja. Dann müssen wir nochmal suchen. War noch hier irgendwo Gras? Da. Ok. Es hilft. Es hilft uns weiter. Es hilft uns. Ok. Ne. Das sind noch 2-3 Zombies. Der wird schwierig. Der wird schwierig. Ich brauche eine Fernkampfwaffe am besten. Ah. Da ist mein Wildschwein. Ist aber starkes Wildschwein. gewesen. Boah. Sogar der Kleiner hat so viel Schaden gemacht. Ok. Ich brauche dich. meine Hunde am Hunger. Wird so Tatschel fast kaputt. Das ist nicht ganz so schlimm. Wird so Tatschel fast kaputt. Das ist nicht ganz so schlimm. Nein. Ok. Tut mir leid. Es muss sein. Gleich kommt die Quest. Aber erst noch den einen. Den schaffe ich so nicht. Das brauche ich alles um die Wurfmesser zu produzieren. Das sind sie. Da sind sie. 14 Steine und 5 Schnur. Ok. Die habe ich in der Basis alle. Und wieder zurück. Warte mal. Wir fahren erstmal hier ein bisschen was ab. Holz. Bitte kein Stein. Und Gras nehme ich mit. Nur kein Stein. Nicht den Stein. Nein. Verboten. Nein. Nicht den Stein. Läuft da viel geschmiert. Warte. Erstmal dahinten bleiben. Ich schaue nur hier oben in der Karte. Ob da Zombie kommt. Es ist ja nur noch ein Zombie hier. Ich habe allerdings nur 36 Leben. Und das ist der stärkste Zombie. Den ich hier habe auf der Karte. Ich glaube nicht, dass ich den mit meinen 36 Leben schaffen werde. Warte mal. Was ist denn hier drin? Bitte eine Waffe. Das ist ja nur da, ja. Mein Mann ist auch noch da. Ich komme gleich. ich muss mich noch einmal vorbereiten also hier gibt es viel holz jetzt kaputt kein problem ich muss wieder zurück zur basis nicht zum stein, was hatte der noch mal gehabt? Seile pack mal die rein können wir auch einmal mitnehmen stein pack mal rein sonst habe ich auch keine Steine mehr so damit er auch keine Steine mehr ok zurück zur basis und dann wieder her und den letzten zombie töten lassen wir nicht auf, ich zeige euch wieder wenn wir hier sind ok wieder hier ich habe mir meine fernwaffe gebaut einmal den hier kaputt machen den zombie und dann haben wir alle zombies alles platt gemacht so haben wir auch schon fast alles gefarmt jetzt können wir dem mann hier helfen und fragen was er haben möchte so da bin ich ich bin bereit jawohl 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 vielleicht kommt ja noch ein zombie auf jeden Fall bin ich jetzt ein bisschen vorbereitet annehmen Belohnung ich brauche diese Tasche es geht noch mal woanders hin warte ich dachte dass wir auf dieser Karte geblieben ne es ist eine andere Karte ok ok der Hund hilft mit das ist schon mal nice ähm trotzdem brauche ich was zum Essen so ein griechender zombie so ein griechender zombie ok die beiden schaffe ich auch wechsel doch wechsel wechsel trotzdem dauern Gott sei Dank da ist der Rucksack das ist doch eine kleine Ecke das geht weiter warte mal warte mal wenn das weiter geht denke ich mal Wasser das brauche ich nicht dann denke ich mal hatt were was do so ein oli gemisst. Na gut, einmal hier in der Werbung schauen. Okay, ein bisschen Stoff gekriegt, brauche ich jetzt auch für Mütze und Handschuhe. Mütze habe ich hier. Habe ich die Korkendecke nicht da oben aufgelegt? Das war etwas anderes. Ah, meine Nasio. Und Handschuhe brauche ich doch. Krass. Ich brauche Gras. Sechs. Okay, habe ich noch. Und Handschuhe. Was stellen wir jetzt? Krass. Zack. Fertig. Huuu. So. Die drei Wölfe waren ein bisschen stark gewesen. Schnell die Handschuhe anziehen. Das ist alles hier einmal reinschmeißen. Oh, ein Tag, zwei Stunden. Gut. Gut. So. Verfolgt bei den. Ich brauche was zum Essen. Ich habe nichts zum Essen. Ach. Haben wir da. Hier, schmeiß mal die Sachen rein. Okay. Schnell ausgerüstet. Hm. Ich gebe auch nochmal den Tee ab. Ich brauche mehr Beeren. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Holz. Mehr Gras. Und ganz viele Nägel. Ich glaube, jetzt schaffen wir aber auch, wenn ich da nochmal hinkomme. Ich hoffe ja nicht, dass da Hund tot ist. Der musste gegen drei Wölfe kämpfen. Also ich komme nochmal hin. Und ich bin hier ab. Dankeschön, dass du auf mich gewartet hast. Also wir brauchen nicht hier hochgehen. Bis zum nächsten Mal. Okay, schau's mal. Ich muss kurz was futtern hier, verwenden. Schon wieder alles kaputt bei mir. Ohne Ende Schwein gibt's hier. Aber eigentlich eine schöne Runde hier, ne? Ein Bär. Ein Bär. Der Bär? Ne. Na, ist ein HI. Da will ich euch den da oben eher kaputt kriegen. Okay. Da unten macht auch einen guten Schaden, das ist gut. Aber der Bär ist ein bisschen zu hart für mich. Da hab ich die Steine ruck. Ja. Packen wir mal zurück. Brauchen wir nicht. Verwenden. Okay. Läuft er noch? Ja. Kannst nicht mehr. Puh. Das wird spannend. Was haben wir hier? Bitte ne gute Waffe. Ne, aber was zum Essen kann ich auch gebrauchen. Und. Und. Den vielleicht auch gleich. Ach, das ist so die Kräutertasche von ihnen. Also ich hab schon die Quest fertig. Haben wir schon nochmal oben was da ist. Vorher. Glaub ich. Ähm. Bauen wir uns lieber nochmal ne Keule. Ich pack das mal weg. Und. Die Sache. Brauche ich Gras. Stein. Warte mal. Drei Steine brauche ich. War das? Vier. Holz. Vier Holz, vier Steine und fünf Gras. Genau. Vier Holz, drei Steine und fünf Gras. Passt schon. Hergestellt. So. Da ist er wieder in Keule. Ah. Das ist ja heftig. Jetzt muss ich mir auch noch ne Leiter bauen. Um da hoch zu kommen. Dann ist nur noch eine Bär da. Und. Sonst hab ich alles hier. Ich fang mal hier an. Automatisch abzufarmen. Wenn er hochläuft. Ah. Nein. 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 Kein Stein. Kein Stein. Ich hab genug Stein. Okay. Und wenn er hochläuft zum Bären. Wegdrücken. Bewegen. Ich darf nicht hochlaufen. Okay. Er will gar nicht hoch. Also es scheint so, dass da um beim Bären wirklich nur der Bär ist. Schön. Der nimmt alles außer Stein. Dann brauch ich halt nur noch diese sechs Bretter um die Treppe da hoch zu kommen. Hab ich noch welche irgendwo in der Basis rumliegen? Ich glaube nicht. Vielleicht auch hochlaufen zum Bären. Nee. Okay. Er rennt erst nach unten und jetzt rennt er wieder nach oben. Naja. Oh. Nee. Katze Knicken. Kein Platz dafür. Dann einfach noch mal kurz rüber. Ob da noch. Ob er da was haben möchte. Das war's. Vielleicht die Bären angreifen. Wie schnell ist der Bär? Ich hab keine Chance gegen den Bären. Naja. Warte dann noch mal kurz und. Ich bin jetzt voll gefuttert. Oh nein. mal kurz rüber. Oh. Oh rouge. Heff! Da schneller als ich. Und mach ihn kaputt. Macht doch den Bären kaputt. Den Band schaffe ich schon mal nicht. Ich muss einmal kurz nach Hause laufen und dann renne ich gleich wieder dahin. Den Band schaffe ich nicht. Okay, das letzte Mal hier. Oh, ich komme da nicht mal oben hin. Ich habe ja seine Tasche gefunden. Ich habe sie mitgenommen. Oder ist der Hund immer noch da? Doch, ich komme noch dahin. Gott sei Dank. Aber ich habe mich jetzt in die Bretter mitgenommen. Jetzt kann ich die Leiter weiter bauen. Ich hoffe, das lohnt sich. Ich hoffe, dass da oben nicht so ein harter Gegner ist. So, fertig. Wie ist der Hund hier hochgekommen? Okay. Dann kann ich ja hier oben einmal alles wegfarben. Nice. Ich hoffe, da ist was Schönes drin. Ich kann hier auch nichts mehr sammeln. Okay. Bislang hat sich das noch nicht gelohnt. Aber es ist aber nicht viel passiert. Überraschung? Hat sich das gelohnt? Ich habe Nägel. Super. Es hat sich nicht gelohnt. Dafür habe ich jetzt sechs Holzbretter ausgegeben. So ein Mist. Hier lang. Den Bären wollen wir immer noch nicht besiegen. Können wir nicht besiegen. Ich denke mal, das ist so unwürzig lohnt. Bei den Bären. Aber das werde ich nicht schaffen. Nimm die Steine auch mit. Ne, geil. Kann nur nicht hoch zum Bären. Der frisst mich mit Haut und Knochen auf. Obwohl, die paar Steine könnte ich mitnehmen. Ich brauche auch keine Steine. Da habe ich eine ganze Kiste voll. Vielleicht klaut hier irgend einer mir die Kiste mal. Ich glaube, die ist so schwer. Alles mitnehmen. Haben wir, haben wir, haben wir. Schon wieder alles voll hier. So, haben wir. Hat sich nicht gelohnt. Nehmen wir die Steine nochmal mit. Den Bären lassen wir oben allein. Und dann geben wir die Tasche mal ab. Tasche abgeben. Also, die Quest ist fertig. Da muss ich noch einmal hier den Ding ins alles abfahren. Warte, ich brauche ein bisschen Platz. Gab es hier irgendwo. Da war eine Kiste. Das können wir nehmen. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Ich brauche noch einen Platz an. Ne, warte, ich gebe dir die Tasche ab. Drei freie Plätze. Und deine Kräutertasche. Bitteschön. Ich darf nur eins aussuchen. Ach ne, alles. Gut. Und noch mal rein mit denen. Das ist schön. Das ist gut. Ich habe hier, die Tasche. Hier gibt es eine Kiste. Ich versuche dich auf alle. Es hat einfach eine Kiste. Hier gibt es eine Kiste. Eher ist eine Kiste. Hier gibt es eine Kiste. Hier gibt es eine Kiste. wenn ich ihnen hier das gebe ich dafür fett fleisch und noch ein hund ich habe genug fett können wir machen noch mal schnell zurücklaufen erst mal schauen ob ich hier noch so sachen mitnehmen kann nichts nichts ein bisschen holz ich habe ja noch eine stunde paar minuten eigentlich nicht ich muss mich jetzt fertig machen ich glaube stein habe ich nicht mehr gut go 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 voll raus hier alles abgeben und dann bis gleich okay ich bin wieder hier ich mache mal kurz ein auto move an um alles abzufarmen steine auch alles egal die kiste immer so schnell weiter abfahren und damit ich das gleich mal ausprobieren den mann dort die sachen zu geben hier essen ich brauche essen da ist doch essen hier nochmal da vorne ist noch eine versteckte kiste da war eine waffe ein rohr ok es ist nur ein metallrohr stumpf schaden 22,4 und 23,8 guti schon wieder alles voll und da war das was ich gerade geholt habe ja ich muss gleich nochmal wieder zurücklaufen das gibt es doch nicht zu wenig platz stein gleich voll ein stein geht noch ein stein albert einstein geht noch das war von einem fataler fehler wo ich die dingens gemacht habe rucksack voll jetzt ist er wieder leer aber wir müssen noch diese sachen mitnehmen auch leer und das kann ich nicht mitnehmen ach menno kann doch nicht wahr sein muss ich nochmal hier zurücklaufen mal so packen dort die steine rein kohle brauche ich auch nicht steine kohle die hier nochmal mit zack stein wegpacken so jetzt gehen wir den hunter kostet 1 tausch mal um da nur 1 genommen ach so ach dafür möchte was an dafür habe ich den jetzt für fett habe ich den jetzt dieses dingens gegeben ach mensch das ist doch ärgerlich na gut da gibt es bei mir für mich hier auch gar nichts mehr ich kann doch mal steine zusammensuchen warte mal an die kiste was war da drin machen mal kurz von dieser kiste laufen die sachen hier wegschmeiße was ich nicht brauche das ganze brauche ich nicht dann muss von dieser kiste laufen die sachen einsammeln die ich brauche und weiter farmen denn das gibt ja schön alles eps 3 eps pro schlag ach das war's dann die steine wieder abgeben so stein abgeben noch mal schauen fehlt da vielleicht noch was nein ich habe hier was außer was ich mitnehmen möchte brauche ich brauche ich ich brauche davon eigentlich gar nichts na gut na gut aber ich würde mal sagen das war's dann für heute wir nehmen die 20er steine mit vielleicht glaube ich nochmal zurück hol mir den rest ab aber die sachen brauche ich aber ich glaube ich mache das trotzdem aber ich sag mal das war's mit dem video für heute ich sage danke fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn da war nächstes Mal bei ihr seid bis dann wünsche euch viel spaß und auf Wiedersehen Ciao Ciao